Warnung! Feindkräfte nähern sich! Wir müssen diesen ganzen Wohnblock säubern! Bitte! Nicht! Tun Sie das nicht! Ich bin nicht krank! Oh mein Gott! Dann haben wir noch eine Menge Arbeit vor uns! Die laufen wir raten! Oh, wir kriegen sie alle! Mach dir keine Sorgen! Unser Hauptverdächtiger? Wir haben herausgefunden, wo er wohnt. In diesem Wohnkomplex in Hell's Kitchen. Sie müssen da rein und alles sichern, was eine Verbindung bestätigen könnte. Notizbücher, Festplatten, Laptops, was immer sie finden. Aber weil es ja nie einfach sein kann, gibt es da auch noch Zivilisten. Und das bedeutet, die Cleaner sind unterwegs, um alles zu sterilisieren. Wenn Amherst nicht der Richtige ist, fresse ich meine Zentrifuge. Seine Arbeit hat höchste Priorität. Wir können die Zivilisten nicht ignorieren, Doktor! Wenn wir dieses Virus nicht entschlüsseln, bleiben keine Zivilisten zur Rettung übrig. Hi, New York. Hier ist dein Onkel Ricky. Wir müssen reden. Denn ich glaube, fähig... Warnung! Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Warnung! Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Seiden Sie verlassen, Böhm! Vielen Dank! Sollten Sie mich brauchen, ich bin für Sie da. Die Startzeit mit Jansky-Lambler aufgelegen. Das wird die Lohre! Ich bin für Sie da. Ich bin für Sie da. Ich bin für Sie da. Sie hat den Kopf für Sie! Er darf sich nicht ausbreiten! Jetzt geht's los! Und... Ich bin für Sie da! Ich bin für Sie! Ich bin für Sie da! Ich bin für Sie da! Ich bin für Sie da! Der Kugel ist weg! Ich bin für Sie da! Achtung! Sie haben noch nicht alles abgefackelt, Gott sei Dank. Ich würde gern mal mit einem dieser Kainers reden, teils um rauszufinden, wie sie ticken, und teils um ihn ganz langsam zu erwürgen, während er es mir sagt. Hey, ist dieser Weg so... Er muss! Los, los, los! Bevor sie uns erwischen! Jetzt probiert gleich! Na los! Na los! Los! Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Ich habe Amhursts Wohnung. Sie ist auf der anderen Seite des Hofs, aber sieht so aus, als wäre der direkte Weg versperrt. Sie müssen einen anderen Weg finden. Der ist auf der anderen Seite des Hofs. Bitte! Wir sind nicht krank! Bitte! Du siehst nicht! Nein! Geh weg von ihm! Nein! Oh Gott! Nein! Nein! Ihr seid hier! Ihr seid hier! Wie sind sie reingekommen? Sind die weg? Los, komm schon raus hier! Schnell! Wir schicken jemanden, um die Überlebenden einzusammeln und herzubringen. Sie machen ihnen den Weg frei, also gehen Sie einfach weiter! Ich bin nicht krank! Ich bin nicht Ihr Feind! Was machen Sie? Ich bin nicht! Ich bin nicht dafür! Ja, 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 ja. Okay. Die Wohnung ist über Ihnen. Amherst ist der Erzeuger des Virus. Es muss Hinweise dafür geben. Solche Leute zerstören die Beweise für ihre Taten nicht. Sehen Sie sich gründlich um. Vielleicht wurde sie auch geplündert. Aber Plünderer suchen nicht nach Dokumenten oder Festplatten. Und wenn Sie Glück haben und Amherst dort vorfinden, bringen Sie ihn mit. Dann kann ich ihm ein paar Fragen. So viel Glück haben wir nicht. Haben wir nie. Man wird ja noch träumen dürfen. So viel Glück haben wir. Ich hoffe, Sie haben, was wir suchen. Es hat höchste Priorität, also schicke ich Ihnen ein Helikopter. Aber Sie müssen das Dach sichern, bevor er landen kann. Spielen Sie nicht mit dem Feuer. Bringen Sie die Beweise sicher zurück. Jochen annihiliert er. Ich bin für meine Musik. Sässig. Und soll Sie sein. Was ist das? Weiter so Agent, das Dach muss gesichert werden, damit wir die Beweise ausfliegen können. Die Beweise ausfliegen können, damit wir die Beweise ausfliegen können. Die Beweise ausfliegen können, damit wir die Beweise ausfliegen können. Die Beweise ausfliegen können, damit wir die Beweise ausfliegen können. Die Beweise ausfliegen können, damit wir die Beweise ausfliegen können. Die Beweise ausfliegen können, damit wir die Beweise ausfliegen können. Wir sind bereit für Empfangen des Pakets. Leithaus hier Bluebird 2. Paket erhalten. Kehren zur Basis zurück. Bluebird 2 endet. Loser! Loser! 8,000 Panzers! Loser! Komm her! Loser! 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 Der Heli mit den Beweisen ist unterwegs zum Hauptquartier. Ich weiß, wir haben Zivilisten verloren, aber ohne ihr Eingreifen wären es noch viel mehr gewesen. Ausgezeichneter Arbeit, Agent. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, Amherst, Notizen ändern eindeutig alles. Was für ein Arschloch. Ich wusste immer, dass er ein übler Kerl ist. Ich habe den Bericht hochgeladen. Sehen Sie selbst. Was Sie hier sehen, ist das Pocken-Virus. Es hat eine Inkubationszeit von ein bis zwei Wochen bei jedem Wirt. Und in dieser Zeit ist es nicht ansteckend. Amhersts Notizen zeigen, dass er das ändern wollte, damit das grüne Gift schon in der Entwicklung ansteckend ist. Und um den Inkubationsprozess und die Ausbreitung zu beschleunigen. Kurz gesagt, es ist ansteckender und reproduziert sich schneller. Das ist schlecht. Deine Wegen Leuten wie ihm geht hier alles vor die Hunde. An alle Division-Agenten, ich höre von Waffengeschäften bei den Gleisen nahe der 45. West in Clinton. Bitte um Unterstützung. Legen wir los? Aber mehr als ihr jetzt habt. Ich weiß ja nicht. Es scheint die Kohle nicht wert zu sein. Hey, wir haben uns den Arsch aufgerissen. Bezahl einfach! Das ist ein Kuh, was wir wollen. Okay, okay, entlang dich. Wir nehmen den Kurs. Wir lassen uns hier. Los! 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 Was ist das? 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 Oh nein! Was ist das? Was ist das? Oh shit! Ich hoffe, dass sie mit dabei waren! Wir schafften uns ganz gut da draussen. Zentrale an Patrouille, wir haben Medizingüter in einem Park an der 42. West geortet. Wir brauchen Hilfe bei der Bergung. Vermisste Vorratskiste geortet. New York ist nicht mehr, was wir schon erwarten. New York ist nicht mehr, was wir schon erwarten. Warnung! Feindkraft in Ehe an sich! Nein, ich mach keine Waffe! Warnung! 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 Tut mir leid für dich! Erledigen! Was dauert das so denn? Diese Mistkerne! Ich fleisch! Sie verstehe es! Warnung! Warnung! Feindkräfte näher in sich! Hey, das ist unser Haus! Nicht nachlassen! Willst du sterben? Sie sollten aber schon kämpfen! Die verfolgt mich! Nichts zu Ende! Na, der Halt! 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 Der Halt!